Ich habe Karel Schwarzenberg in Prag kennengelernt bei einem Besuch, bei ihm mit meinen Oberpfälzer Abgeordnetenkollegen und wir haben ihn als großen Europäer kennengelernt. Er ist ein Völkerverbinder, er möchte, dass Bayern-Böhmen, Bayern-Tschechien zusammenwächst. Gerade wir in der Grenzregion verlieren einen großen Unterstützer, der mit bayerischen Wurzeln, tschechische und bayerische Nachbarschaft gepflegt hat, sein Leben lang. Wir trauern sehr um Karel Schwarzenberg. Was wird fehlen ohne Karel Schwarzenberg? Es fehlt ein Lobbyist für Europa. Er war immer auch gegenüber Europakritikern sehr klar, weil wir nur gemeinsam, gerade Osteuropa und das westliche Europa, Bayern und Tschechien in einer guten Nachbarschaft profitieren. Wir uns wertschätzen müssen und damit auch Wohlstand, wirtschaftlichen Erfolg, aber auch unsere Grundwerte für Bayern und für Tschechien nach vorne bringen. Untertitelung des ZDF, 2020